Willkommen zurück zu Dead Island Riptide und mit dabei sind wieder Blackman LP, yo, voll up Will, yo, und Mr. KiwiKLP, jawoll So, hier haben wir letztes Mal aufgehört mit dieser schönen Aussicht Ja, der Wasserfall hat's, was, aber die Blumen sind schöner Aber wir können sie nicht ausruhen, wir heißen weiter und Zombies bekämpfen Ich glaube, ich glaube, hier sehe ich schon den nächsten Siehst du auch, siehst du auch? Nein, er hat Geld, okay Wer für dich darfst behalten? Hast du in den Bein abgeschlagen? Ja Und dem auch, Bööö, Ach, das hast du gesehen, und wenn ich mir den Kopf verkaule So, wie jetzt, das siehst du nicht, oder wie? Nee, das war, war nicht zu sehen Ich glaube, ich, den hacke ich jetzt Kopf auf Oh, ii Wo ist der Kopf? Oder sitzt einer Baruch ist einer Ist runtergefallen Ja, hat der Sitz aller Bäm, das wird nicht gemacht Das wir auch versuchen hier runterzukicken in die Hä, wo kommen die denn alle weg? Schweres Mäß haben wir nötige 39 Eben, weil wir alle verabschieden Ist aber schlecht Also, im Gegensatz zu meinem Küchenmesser ist das jetzt schlecht So, wir müssen dann halt zurück rüber, oder was? Ja, den alten Weg wieder zurück, würde ich sagen Ja, genau Äh, wir sind auf aktuelle Quest Neuanfänge Das ist die falsche Quest Ja, wir müssen hier abgeben, oder nicht? Ja, nee, eben nicht, wir haben auch diese Elektrizierung noch nicht gemacht Ja, da kommen wir erst später hin, wir müssen sogar hier zurück Es gibt nur den Weg zurück Ja, in 300 Metern, dann wird es noch richtig Also, von meiner Ich bin auf der anderen Quest, in 300 Metern, wenn wir dann da Also, trotzdem hier lang, trotzdem hier lang Nur in 300 Metern Jetzt Ich habe auch mal die Elektro-Anikler Warte mal, ich mache das jetzt auch mal schnell Ist auch noch mal schnell Seit ihr alle hier voll und mehr lang Wilhelm Ist noch mal zurück, oder kann ich wenigstens zuerst mal verkaufen und für Dinger probieren U, ja, auf jeden Fall Und da wir ja die Brücke gesprengt haben dürfen und rumlaufen Juhu Juhu wir haben auf jeden Fall die Sicherheit hier gewähren naja zu müssen zum Glück zu blöd um Leiter zu klettern sag so was nicht Prozent 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 übernicht nur auch was trinken auf einen Schrank und Alkohol und Regel auch perfekt und Weltordnung nicht nur nach Zulberg so Eicke holen noch wie rund um Alkohol macht immer vor der Rückkehr EIR Alkohol ist ein gutes Lösungsmittel der das war eine Woche da oder in den Dorm Milus die Leben Luessen alle Alperberg von Eheperdorf geht ab so oder wer sie haben ja ich habe den schlacken der superlösen aber ich bin nicht nur 16 der 6.000 Dollar ich habe 12.000 Euro 50 Dollar ich habe 12.000 7 und ich habe mehr ich habe einen Händler der das gibt wo das das ist so ist die Orden Händler um Klingwaffen ist wie er ich habe nicht die Klinge gekauft nicht die Länge ich kann er nicht nur die Sachen verkaufen die so ist sowieso übermäßig zu viel sind auch das Mario Lüge 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 also ist zu verkaufen ja so so dann trau ich mir noch mal ein paar Medikin um schon eine Medikin um zu tun das ist ein Fall so geile Waffen mir ich glaube es sind die alle so hoch sein ne die Medikin habe ich 17 mittlere Medikin soll bereit ich ich muss ich bin ich bin ein bisschen um im Paradies das ist so das ist so so ist guck ich mal was ich weiß dass er halt mal die Gnade bis zu nur die Woche mit Hausen und 4.200 irgendwas starten so gehe ich mal hin und vielleicht noch die eine Waffe die ich gekaufe und bisschen updaten oder so ich hätte dann bis sie mehr ab solch der Frau mal es geben was wir am Strand gefunden haben was so das Kofi würde ich abgeben ich habe Fusen gefunden und da noch die Karten Moll und in Moll und in Schiffen vermittelt und ihm sei das Ziel wird die Erleitung ich bin bei der Suche oben ich will gerade die Kräfte geben kann ich oh guck mal hier meine guck mal meine Waffe jetzt kann ich gerade nicht fordern oh ja die habe ich auch ah ja die ist geil gleichen Geschmack ja was was wie wo hier aber hier voll die fette Lanze was denn die Weg alter habt ihr die Hörer von der Tussi davon gekauft was so ja ich kann die nicht kaufen für 8000 Prozent Prozent das Geld habe ich auch wie heißt die Waffe ich guck mal hier ob ich die zuverlässigen wilden Clown alles hin die geil aus hier ist es Kriegsschwerf wo ich abgedreht immer gleich soweit wie es geht ja ich hab meine Waffe die ich gekauft habe aber ich hab mir auch ein bisschen ab aber ganz ehrlich hier gibt es noch einen zuverlässigen Schott die sind Deutsch für Level 42 Level 41 der macht um einiges mehr Schaden und hält länger aber komisch dass es hier keinen Waffenhändler gibt für Schusswaffen das ist ja für jede Klasse ist ja ein Händler außer für Schusswaffen ja vielleicht weiß sie noch nicht gibt kann ja gut sein ach so was ich hab irgendwie gerade noch eine komische Waffe gekriegt einen Hammer ach so da konnte man nur alles klar hab ich mal blöd im Bläsboschläger Nägel verpasst na gut so so bei den Fusel gebe ich dir dann mal ja die Piensof die Fusel ich habe mir das zuverlässige Schottesche lang durchgekauft weil da brauche ich noch ein Level eines Ding Hammerhack dann wo bist du da war noch mal so steht hier müssen wie es sie stehen überall weil weil wir den hier stehen überall nein weil wir den hier nicht spielen deswegen kommen erst mal Hand an so was soll ich annehmen ich bin ein Krimmung aus als er das ganze LB wird und vor allem haben wir abgelehnt lange ach so wo ich ja aber noch mal gemacht ein auf cool er hat die Bühne aber das ist ein Tor unser Job macht so zum Handeln zu viel sich die Gäste so jetzt noch abzuschütteln zu zweimal Fusel gekriegt haben und ja hier und so war es die nächste Flagge an der Oblöser Mio und für den schottischen langen Durchführungen bei einer Abkommung dazu so also auch ich will Autofahrung auch der Aufmerksamkeit das Geld nein nein ich habe ein Geheimnis sein voll in die braune Suppe unten rein wo es muss ich nur die Schleuchte das Auto oh ja komm wir weg und immer ab mitfahren und geht Alter können wir da alle rein ja aber jetzt mal wie ich hier was wo die Hälfte in der Türkei jetzt schlitzig auch voll in den Armler geschnitten da ab das drücken morgen die Leiter und der Leiter und zerstütteln übersticht hier ist noch einer die Inselführer da liegt doch irgendwas oder täuscht mich da da in der Führung hier der Bank so super allreheilig zu sagen mit dem Abbau wer sich denn hier zum Penning gelegt Prozent 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 es liegt nur das Bein so ich selber mit vorne ein Kultum der Grunde und erweitert mich ich kann nur nach oben und links rechts und auch nach hinten nicht so steigert ist auch die Ertlösung und bei der Gründer zu an an Bord ja wir sind alle an Bord können auch geben und nach Fahrauto aber vernünftig fahrenden ja nicht hier kann man gut fahren eigentlich so hast du deine Hände nicht um ach so das Lenker ist auf der Seite ich dachte gerade schon Blacky ist ja halt bei Fahrer aber jetzt sind wir schon da hier ist die Stadt hier müssen wir hinten bleib, 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 bleib stehen rum, rum, au hier kann man nicht aussteigen, so oh hier ist ein Zelt, oh Gott was mit dem das ist aber noch gar nicht fertig wir müssen hier ein boah, boah, der Koppel sagte aber hier müssen wir doch noch gar nicht hin oder? Alter, das wird schon mehr gebraucht, was der Fall ist oh das ist so ein Explosives Scheiß wir müssen jetzt irgendwas, was müssen wir hier sammeln oder? wir müssen die Autobilderung sind und mal gehen wir mal auf die Autobatterien, zu dem Auto und von den Autobatterien, Scheiße ja gut, ich weiß nicht ich glaub ich weiß, wie die Batterien sind, hab ich alles bekommen kannst du mich da in der Regel rein? Fertig Prozent und auch erwischt und ich traurte man sich streuten sich die ganze Zeit wird auf der Eikop der Beobstwerke und dort war Gott wie viele Kabel der macht wohl immer noch eine Batterie forschen weil sie halten so viel und ja ich bin tot wir haben Waffen der eine Zolle Haube mit Messer zu Ok, das haben wir auch im ersten Teil schon mit Waffen zugeschauen. So lange die jetzt nicht mit einer Pistole oder so angelaufen kommen, ist ja alles noch okay. Das ist ja mal Präsident Evo, ey. So. Dann, ich habe wieder Fusel für dich und da hast du die letzte Batterie. Geh mir die letzte Batterie, ich will hier raus. Ich will hier weg. Richtig, richtig, richtig. Haben wir das jetzt geschafft? Ja, eine, eine habe ich gefunden. Ich habe die Bedeutung überfahren. Ich habe zwei oder drei gefunden. Schnell, lass dich weg hier oder so ein bisschen krass hier. Aber da wird ja noch was angezeigt, irgendwie. Ja, das ist alles nichts, was wir eigentlich machen müssen, jetzt die Original-Quest. Nee. Alter, wer kommt denn hier weg? Wer hat das Wort gemacht? Du, 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 du. Hier sind aber noch Koffer. Ja, erstmal alles ein bisschen aus. Anruf auch noch was da oben, irgendwas mit 30 Metern oder so. Ich denke, weil draußen steht zu schnell Flucht. Verlaupt fährt man da rein, okay. Aber jetzt zu schnell Flucht passiert. Ich gehe mal hoch anzuhauen, weil da oben ist auch noch um die Fahne, ich gehe mal hoch einfach. Wo seid ihr? Ich bin hier bei Daniel. Nee, ich bin nur bei dir. Ja, wir haben ja auch gerade mit dem Kopf. Wir haben ja eine Dinger vergessen gehabt und ich habe die Autobotriere. Jetzt haben wir sie alle. Ja, hier muss doch ein bisschen was zum Leben auffüllen. Können wir da unten nicht rein? Hier Äpfel. Nee, du hast zwei Elektro-Drehte, 200 Meter fahren jetzt, war super. Naja, ich habe da Auto fahren. Hinter euch kommt da ein Zombie. Ich überfahre die, wenn ihr hier jetzt komm, ey. Also, kann man nicht im ersten Teil hupt? Na, ich weiß aber nicht wie. So, komm. Guck mir, das knacken hier. Leute, ich kann sogar im Auto das drücken. Alter, ey. Gleich im Unfall. Wo geht's denn? Hier lang. Ach, wir müssen ja toll. Wir müssen da hoch. Boah, yeah. Ja, Scheibe ist schon wieder kaputt hier. Nur weil ich euch wieder aussteigen. Ach, guck mal, der. Scheibe ist schon geil. Was ist denn da? Ja, mal weg. Ich glaube, wir müssen da den Berg hochkönnen sein. Ich glaube auch. Ich steig einfach mal aus. Ist gut für die Figur. Und gut für Verdauung. Jeder Gang macht schlank, Leute. Da ist auch einer voll im Kopf gesprungen. Ich hoffe, es gibt hier wieder diese riesen Samurai-Schwerter, die wir sonst immer hatten. Wow, wo kommst du denn, Erdogan? Sie ist richtig geil. Wow, alle, wie die mich wegpanschen. Ich will den Teller haben. Oh, wow. Oh, scheiße. Die kommen also rücksichtslos auf einen Zug. Die sind mit Teilbase-Bollschläger in der Kiste. Was ist jetzt mit dem Teller, den wir nicht haben? Und dahin, ja, die Teller ist, die Kammer und die öffnen, die ist gesperrt. Ich hab da auch gemacht. Ich habe die Fähigkeit schon mit dem Ausschießen, hab ich schon alles geskillt. Oh, so. Folgeskillt haben wir ja, ich kann bis drei aufschießen, aber ja, da war ich ja fusel. Denkli, da war ich ja fusel. Wollen wir dann auch runterlaufen? Da vorne, das sieht auch noch so ein bisschen. Oder wollen wir da jetzt gleich hochlaufen, wo wir hin müssen? Ich denke, wir gehen erstmal hoch, oder? Ja, genau. Das ist eine sehr volle Weg dahin. Ja, genau. Ich würd's mal für die Fahnen, weil es schnell ist, da wird es schnell gehen. Ich hab mich mal kurz... Ich hab mich mal kurz... Ich hab mich mal kurz... Ich mach dir immer so... Oh nein, Dead Zone. Oh, du Scheiße. Einladen hier auch. Komm, Fallapfel. Ich war doch mit der Karte beschäftigt. Guck mal, Dead Zone, ey, wollen wir da rein? In die Todeszone. Hallo, was von... Why not, why not? Und wie komm hier rein? Das ist keiner rein, das kommt es steht. Steter. Später noch. Steter. Steter genau. Komm hier rein. Sollte sie uns beim Bordnerhaus, 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 Bord. Ich freue mich auf meiner Raserei, die schon wieder fast voll. Ich weiß gar nicht, was hat eigentlich die Ziererland-Raserei. Die Rasse dann vor aus. Oh, das ist dicker. Oh nein, den hast du es. Nein, ich hab die Bogen. Bogen. Ich hab' ich hab' noch mal kurz. Fett, die Bogen gar nicht zu treffen. Ja. Ja. Wir sind so in der Brille der Vollflamme. Vorbereitungen, du so, Brille, Herr Kiwi, Brille, wo hoch. Nö. Alter, wie breitet sich die Scheiße aus, äh, hier voller Flächenbranchen. Heute habe ich auch keine Falle mehr von meiner Achtung, meine Pistole. Weil ich auch, ich habe versucht, zu kommen, alle hingehen, einfach alle hingehen, einfach immer im Kreislauf, einfach immer im Kreislauf und einfach einfach einschlagen. Stopp! Was gar nicht so ausfüllen, Kapitel. Das hat mich gar nicht ins Gesicht. Alter, der seht rot. Oh, ja, der seht rot. Wie die geht ab, ey, komm. Alter, ich bin Level ab. Hey, nice. GZ. Oh, hier, guck mal. Ja, jetzt von... Über die Gitarre, also. So. Lecker. So, was haben wir denn hier? Rucksack. Und das ist halber Kader von Einhandwürfen. Russen über das Schlösser knappen. LP4 ganz recht. Ah, das ist ja. Klar. Was ist das hier? Das ist alles, was erhöht den Schaden für fünf Sekunden. Ja, boah, heftig. Pach schnell auf. Lalalalalala, ich werde verprügelt. So, ich habe mir das selbst schnell gemacht, so. Was rennt es denn auch immer so weit vor? Boah, der ist wohl vorbeugelder Schuld, äh. Boah, der kommt aber auf uns zu. Boah, der kommt aber auf uns zu. Boah, der ist wohl vorbeugelaufen. Boah, der ist wohl vorgespawnt, und mit vor allem diesem selbst nur gespawnt. Also... Scheiß, aber ich auch came, ja mit dir so fettisch, ey. Boah, sind viele? Und ich leider mal mal responsibility. So, Käftchenl ist ab. so gut geschnitzelt und eigentlich wo es der Grill wenn sie schon von Schnitzel redet ich bin ich begehrt und die 185 ich kriege es ist ich bin da ist oder die Töller aus wie er die GmbH war Rüttel nur eine vor allem bei mir gibt es noch nicht er hier ist Fusel Rol als zu dem Fusel ein mitgenommen also dass er ich glaube weiter ein kann man sich nicht Kuhl danke hier das kann auch bemerkt das ist gesagt hätte ich wahrscheinlich nicht mehr aber ja ich habe ich noch retten ich glaube das ist jetzt habe ich meine Waffe weggetan nicht aber halt sie nicht tun um das ist eine Schlampe Schlampe Schumpen Leibnizentüren Alter Prozent ich will auch so weit wie hat sich eine Lose anwenden Prozent Prozent der Arme wo ich höre ich schon wieder ich höre auch schon zu sein und auch absolut Weg der die mal eine wasserleiche Prümer das ist mit was in der Wasser ich habe kurz mal zu nachvollziehbar und das ist dicke Probe das ist gleich kurzer ich habe keine Vorlage was wir zu gehen weg ich habe den schottischen Deutschleiter nicht benutzen Leckerfleisch kurz danach die Vorfolge Milch der Laufkirche oder macht die Redung um Kürze er lässt mich in Ruhe ich kann auf den Einbrügel ohne Probleme zu Hause er muss aber mal down gehen was ist denn mit dem er hat zu viel zum Mittag gehabt Barri der Tod der Räscher in der ZD ist der reihe der alt er ist voll gereiert ist wie hochkriegt vor dem Rufkotzen irgendwie soll ich hier was suchen oder wie sieht er aus bis aufs Dach hoch glaube ich andere bekommen wird rein ich sehe es wieder rückwärts und amtl amal ich stache dratscht Schengler das Jumping Run hier also nicht von der Brille aus die Tür aufmachen oder so was geht nur hier die ist gar keine Tür oder hier sind schon eine Werkbank und Stacheldraht und den Draht brauchen wir für ja die müssen bestimmt mitnehmen aber ein Schnitt nehmen wir die Werkbank und tun meine Waffe wieder ein Schnitt ist völlig ein Schnitt sofort im Reparieren bitte in nun so ich bin bereit ich bin bereit ich kann man das ob wir sind die Hütte der explodiert gleich jeder Typ Vorsicht nicht reingehen scheiße hier sind so bis zum Halt überhaupt nicht jetzt so so gut ja so jetzt ist es jetzt ist in Ruhe ich bin jetzt so okay dann sage ich mal also fucken will ich haben sie sind so geil tschüss bis zum nächsten Mal tschüss 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 tschüss